Hi Leute, willkommen zu Drangmebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um eure Labwaffenbau, Props, Cosplay Sachen, je nachdem wo ich gerade Lust drauf habe, aber hauptsächlich Labwaffen. Ja, dann hoffe ich mal, euch gefällt mein Kanal. Dann kriegt ihr jetzt so mal einen kleinen Einblick, weil ich hier schon so alles gemacht habe. Mal ein paar kleine Sachen einspielen. Dann hoffe ich mal, das ganze gefällt euch und ihr guckt öfters mal rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.